Herzlich Willkommen hier zur Hochzeit 2015! Ich bin messen für andere Menschen und ich muss sagen, ich sage es oft, aber es ist wirklich eblich. Und was man nur ausgedreht hat, was wir leider verpasst haben, das sind wir jetzt in den Geigenklüppen, die wir jetzt verbessern. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ja, wir sind hier am Stand von Lightning Cosplay und neben mir steht sie auch. Was genau machst du hier auf der Covid-Con dieses Jahr? Hallo, sagen Sie mal! Wie gefällt es dir so auf der Covid-Con? Ich weiß, war es ja letztlich auch auf der Wing-Con auf jeden Fall. Das ist ja auch, glaube ich, nicht deine erste Covid-Con. Wie gefällt es dir so im Vergleich zu den anderen Jahren? Also, ich sage mir, das Klimawandel ist ja auch so, dass niemand losgeht. Also, der Rasen ist fast ein bisschen flexibiliert. Also, wie gefällt es nicht? Also, ich bin jetzt genauso gut wie immer. Ja, das hört ja schon mal ganz gut an. Wir werden noch ein bisschen weiter rum gucken und vielleicht sieht man sich ja nochmal. Dankeschön! Wir haben hier unsere erste Cosplayerin. Wer bist du denn bitte und wen stehst du da? Mein Name ist Felix und ihr versteht mich nicht so. Der Charakter ist Gwarlen aus dem Hobbit, der treue Diener von Thorin Eichmann. Okay, Gwarlen. Und bist du gleich erst einmal auf der Covid-Con? Nein, ich war schon bei den anderen beiden Hobbit-Cons dabei. Und das war immer geil. Ich freut mich zu hören. Was ist denn dein Highlight oder dein Grund, warum das hier passiert? Absolut ohne Frage die Party. Die Party, die ich heute abends um 10 Uhr angehe, aber auch am Ende, also mindestens bis die Uhr nach. Es ist immer richtig geil mit so einer Frau zu feiern im Kostüm. Es wird richtig würdig und richtig freuen sich auch auf der Tanzfläche. Und die Darstellung ist somit auch dabei, um richtig zu reden. Ohne Hierarchien zwischen interessierenden Leuten, zwischen Darstellern und Bands. Es ist einfach eine große Familie, eine Feier. Musik Neben mir... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 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 Bye, bye, bye. I hope you join us, if you do, Robert Conn next year in 2016, where we get to get another great cast of Robert Actors, and hopefully give you as good a time as you've had this year. If you've had a good time this year. If you didn't have a good time this year, well I don't want to know about it. But it's been an absolute pleasure, thank you very much. Goodbye.